hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem kanal ich bin's der tiggy und heute zeige ich dir wie du die trophäe ganz sicher nicht in far cry 6 in unter fünf minuten bekommen kannst was du dafür erledigt haben muss und wie wir die bekommen zeige ich dir jetzt du musst als erstes die story komplett durchgespielt haben damit du den aufstand freischaltest dann erledigst du hier die vier aufgaben und dann kommt ja schon der aufständische anführer um den geht sie müssen wir dreimal killen und er kommt einmal pro woche nur jetzt habe ich einen kleinen trick für euch ihr geht ganz normal hierhin habt am besten nach möglichkeit die waffe die ich schon habe wie wir die bekommen könnt ihr euch auf youtube gern geist angucken ich habe auch die drei schatzsuchen erledigt und dann müsst ihr nur die mission verfolgen und dann kommt ihr auch zu der waffe jetzt sind wir hier den aufständischen anführer den killen wir jetzt ganz einfach wir laufen hier rein und lassen uns töten geht auch schneller und jetzt das lustigste an der sache ist er ist einfach wieder da der aufständische anführer ist wieder da wie wir sehen wir aktivieren die wache wieder und da hinten ist er den töten wir laufen wieder hier rein lassen uns töten die weiß wie man es macht die hat wenigstens brotflinte dabei kommt ein schuss noch und jetzt damit ihr auch seht dass er das dritte mal auf wieder da ist zeige ich euch gerne wenn sie gefallen hat und ihr geholfen hat würde ich mich gerne über eine bewertung auf dem video freuen und aber um nichts weiteres von profäen von den zukünftigen spiel zu verpassen so jetzt sind wir wieder hier und wen haben wir da hinten in aufständlichen anführer und sagt die trofäe gehört euch ohne an der blästigen die zeit umzuschreiben oder wie auch immer das datum zu ändern braucht ihr hier nicht immer ist einfach einmal die aufstandsmission gemacht haben dann zu dem aufständischen anführer gehen und den dreimal töten ohne dass sie die basis eingenommen habe ich bedanke mich fürs schauen des videos wir sehen uns im nächsten video euer diggi